so hallo guten abend oder auch mahlzeit je nachdem wenn ihr wieder zugeschalten habt ich sehe gerade meine frame rates rasseln wieder in den keller das liegt wahrscheinlich wieder an dem ja lag an dem browser sehr seltsam kann ich irgendwie nicht nachvollziehen aber gut was soll es wir sind da wir streamen heute wieder mit subnautica ich habe angekündigt dass ich tue und habe es auch tatsächlich getan ich habe ordentlich für sagen wir mal für ressourcen vorrat gesorgt ja ich denke so kann man es tatsächlich sagen ich habe ganz viel titan eingesammelt ich habe quartz kupfer silizium lithium blei habe ich eingesammelt uran also wirklich bunch of alles mehr oder weniger wir gucken uns gleich an vorab ich habe auch währenddessen noch ein paar kleine updates durchgeführt die uns ist und vor allem mir beim farmen das leben einfach enorm erleichtert haben ich habe unter anderem noch mal ein zweites frachtabteil für die sehbahn gebaut und ich habe auch noch das stock abteil für den krebs gebaut einfach damit ich den krebs an die sehbahn andocken kann und in die sehbahn einfach auch noch mal im ganzen schwung andere sachen mit rein bekomme genau so ansonsten was habe ich noch großartig getan ich glaube das stock abteil hatten was schon dran ich habe noch mal einen mehrzweck raum gebaut der grund wird euch sicherlich gleich klar werden wenn wir drin sind ich habe um sagen wir mal einen konstanten vorrat an energie zu haben noch mal vier solarkraft oder solaranlagen ran geschnallt an unsere basis und ich habe diese geißel körperchen hier angelegt way too much als wir sie jemals hätten brauchen wollen würden aber egal lieber haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben einfach aus dem grund heraus weil mir aufgefallen ist ja guten tag ich mag dich auch einfach weil mir aufgefallen ist dass diese geißel körperchen sehr viel länger hier drin liegen bleiben als die meisten anderen also der bioreaktor zehrt länger von denen macht ein stück weit auch sinn weil wir die ja auch benutzen um batterien herzustellen kann also durchaus damit zu tun haben dass die eh schon energetisch scheinbar gut sind und ja deswegen habe ich halt da oben gleich mal so ein pflanzbeet angebaut ich habe noch mal einen spind zusätzlich gebaut um wasserflaschen vorrätig zu halten da sind jetzt auch schon ein paar drin auch in der seebahn ist schon so ein grundstock an nahrungsmitteln drin so dass wir jetzt erst mal in der folge denke ich sagen wir mal relativ wenig gedanken über nahrung machen müssen energiezellen ladestation habe ich gebaut dann habe ich hier drüben diese den hufeisen strauch drei stück davon hingesetzt die sind ganz geil weil die nämlich die hufeisen muss haben die haben wir uns glaube ich in der letzten folge schon mal angeschaut die heilen bringen nahrung und wasser gleichzeitig was geileres kann man sich erst mal nicht vorstellen eine pflanze reicht meistens nicht um sich komplett durch zu buffen deswegen habe ich einfach gleich drei hingestellt was habe ich noch getan ich habe unsere schranklandschaft etwas geupdatet hier den zweiten muss sich halt jetzt einfach hinbauen weil sonst hätte ich keine kein platz mehr für schränke gehabt die meisten davon sind entweder komplett voll oder aber halt schon zur hälfte gefüllt wir haben titan dort das kupfer erz ich glaube auch ja komplett voll wir haben quarts komplett voll wir haben silbereisen wobei wir von silbereisen halt nicht viel brauchen deswegen habe ich da nicht so einen fokus draufgelegt bleiben ganzen arsch voll weil ich plane heute in jedem fall mindestens einen außenposten zu bauen kleine kleine dinger also nichts riesengroßes wird bestehen aus einem vielleicht zwei mehrzweckräumen und dem scanner und in diesen mehrzweckräumen kommt in jedem fall mindestens ein kernreaktor und ein fabrikator rein eventuell noch mal ladestationen um vielleicht die ein oder andere batterie oder ionzelle aufzuladen und ein paar hufeisen sträucher einfach nur um quasi noch mal eine zwischenbasis zu haben ob ich dann noch so crazy bin und da auch noch eine filter maschine rein baue schauen wir mal wird vielleicht nicht zwingend erforderlich sein weil wir halt in unserer hauptbasis ja eine filter maschine haben und für mich steht heute tatsächlich auch auf dem plan die hauptbasis noch mal um mindestens um einen mehrzweckraum zu erweitern wo wir dann drin haben werden den kernreaktor und dann müssen wir gucken vielleicht setzen wir uns hier drüben auch noch mal ein oder zwei filter maschinen weil hier können wir glaube ich ähnlich mehr weiter raus bauen das heißt hier könnten wir noch mindestens ein oder zwei filter maschinen reinsetzen so dass wir dann eigentlich wassertechnisch wirklich also mehr brauchen wir einfach nicht ja das produziert dann so viel wasser das werden dann insgesamt drei maschinen werden 66 flaschen wasser vielleicht bauen wir die da hinten dann auch einfach ab und setzen die da auch noch mit in den raum rein schauen wir mal aber in jedem fall erst mal kernreaktor vielleicht noch mit ranzimmern genau was habe ich noch getan ich habe hier noch mal ein spind hingesetzt bin auch beim farm auf magnetite unter anderem noch mal gestoßen und habe deswegen scanner raumerweiterungs module gebaut einmal distanz reichen weite oder reichweiten module das heißt wir können die die insgesamte fläche die der scanner im umkreis in einem runden umkreis einblicken kann erhöhen auf bis zu 500 meter und zusätzlich um die suchgeschwindigkeit der einzelnen ressourcen zu erhöhen habe ich halt auch noch mal zwei beschleuniger module eingesetzt und warum den spinnt ich habe tatsächlich erst insgesamt vier reichweiten module drinnen gehabt entschuldigt ich bin leider immer noch ein bisschen oder was heißt ein bisschen ich bin immer noch in quarantäne und ja bin noch dezent angeschlagen wobei es mir sehr viel besser geht als von vor zwei drei vier tagen genau aktuell haben eine reichweite von 400 metern bei 500 metern können wir tatsächlich sogar den schacht noch erkennen in dem wir letzte folge waren den wir runter geflogen sind oder runter geschwommen besser gesagt wo wir dann die krebs die krebsüberreste gefunden haben die baupläne brauchen wir aber jetzt tatsächlich erstmal momentan nicht weil die ressourcen auf dies ankommt sind in einem 400 meter radius auch schon drin so weit so gut so weit so gut das ist jetzt das was in der zwischenzeit passiert ist wir haben bis auf wenige ausnahmen tatsächlich sogar schon von einem der edelsten ärzte die es gibt ein paar proben gefunden drei stück insgesamt und wie gesagt uran habe ich halt jetzt auch schon mal ein bisschen vorgehalten als auch blei und glas das werden wir sicherlich gleich brauchen da fällt mir ein ich bin gerade nicht ganz überzeugt aber ich glaube hier ist nichts drin hat sie ich nicht noch quarts gefahren der ist leer der ist leer hier sind sie auch alle leer hier ist unser vorrat an wasser und fischen sind alle schon hier auch noch mal wasser und fische und hier batterien okay dann hatte ich tatsächlich also ich bin der meinung ich hätte quarts gefahren vielleicht habe ich das auch einfach schon da rein gesteckt und oder haben wir es einfach im inventar was nicht apropos inventar komme ich gleich noch mal zu ach so ne doch ja deswegen quarts ist voll ich glaube wir haben sogar noch irgendwo einen abfallcontainer wo ich einfach ja hier alles reingeworfen habe was da noch übrig blieb wir haben titan noch mal einen zusätzlichen eimer voll wir haben alles was wir brauchen um chips also cpus zu bauen gold haben wir noch ein bisschen weil wir die cpus brauchen und lithium auch also wir haben eigentlich jetzt erstmal von denen uns mehr oder minder bekannten ressourcen jeweils guten grundstock heute plane ich eigentlich so ist auch der titel ja ausgerichteten außenposten zu bauen und und oder sogar tiefer als 1500 meter es gab während ich unterwegs war noch eine kleine story relevante thematik und zwar haben wir eine aussage von allen bekommen dass er einen zweiten und zweiten bodypart gefunden hat den er auf einem festland vermutet ich weiß wo das ist das ist die insel auf die wir später gehen müssen und da geht es dann halt irgendwann mal hin also nicht nicht heute denke ich wir haben im wasser erst mal sehr viel zu erkunden und die insel da geht es dann halt in die kälte auf festland da müssen wir ein paar sachen bauen vorher noch für und da würde ich gerne auch tatsächlich noch mal vielleicht sogar ein drittes frachtabteil bauen an die seebahn und vielleicht sogar ein fabrikator abteil so dass wir den krebs dann zu hause lassen weil den brauchen wir dort mehr oder weniger nicht ich muss gucken ob man mitnehmen oder nicht in manchen situationen ist es sinnvoll in mitzunehmen in anderen situationen steht er uns definitiv nur im wege wenn wir sehen müssen wir uns dann zum gegebenen zeitpunkt mit auseinandersetzen naja wobei hier passt nichts mehr hin und hier eigentlich auch nicht mehr so man könnte vielleicht wenn man viel fantasie hat und das spiel ist einem zulässt noch mal hier so ein halbrund reinbauen sondern abknickenden winkel und in die richtung noch weiter ausbauen oder man könnte versuchen zumindest hier den part rauszuführen weiter zu führen in die richtung oder aber und dazu habe ich mich eigentlich entschlossen man kann sich hier weiter ein bisschen ausbreiten hier haben wir noch zwei anschlüsse vom dock da müsste eigentlich was gehen und hier in die richtung das soll eigentlich meine einfahrt werden grob gesagt hat sich herausgestellt dass man mit der seebahn hier relativ entspannt runter kommt selbst wenn sie so lang ist wie die weil der also die die steuerung verändert sich tatsächlich auch bei der bei der seebahn wenn man einen kurzen abteil bewegen muss dann kann sie sehr gelenkig werden kommt zwei ran muss schon sich mehr oder weniger mehr bewegen und je länger sie ist desto desto eingeschränkter ist auch der der drehmechanismus also erst dreht sie sich quasi hier und durch den hinten langen arsch hast du einen relativ doofen wende winkel sozusagen das muss man bei der halt einfach bedenken im ersten teil haben sie es geiler gelöst da hatte man ein komplettes riesengroßes untersee boot dass man tatsächlich auch wirklich zu einer autarken basis ausbauen konnte komplett ohne großartige einschränkungen in der mobilität zu haben weil er die dieses untersee boot quasi als eine eine basis benutzt hat also man konnte sogar richtig die großen schränke reinbauen was wir hier leider nicht die möglichkeit haben ja genau gut dann lange rede gar keinen sinn fangen wir einfach mal an mit dem was mir vorgenommen habe sprich wir bauen jetzt einmal kurz die hauptbasis noch mal um den mindestens um ein kernkraftwerk weiter aus und dann gucken wir einfach wo wir noch großartig lust haben und eine sache jetzt noch zum abschluss ich habe die tauchflasche mit ultra hoher kapazität gefunden und habe die natürlich auch gebaut weil es macht einen riesenunterschied ob ich 120 sekunden oder 225 sekunden in der schwebe bleiben kann und ja konnte ich mir einfach nicht nehmen lassen das upstream mal nebenbei schnell zu machen was die geschichte anbelangt haben wir wie gesagt kaum einen fortschritt gehabt da habe ich extra darauf geachtet dass ich mehr oder weniger nur die ecken ange angefahren bin die wir schon kannten plus ein zwei gegenden wo ich einfach hin musste um ein paar sachen zusätzlich abzufahren wo ich wusste dass sie nur da auch wirklich sind so genau und das passt hier können wir direkt ein mehrzweckraum hinbauen allerdings können wir dann keinen zweiten hinbauen würde ich fast wetten ging es denn so ja das ginge aber dann hätten wir kein zweiten verstanden aber das ist auch vielleicht gar nicht notwendig weil wir hier nämlich auch noch mal ein hin basteln könnten okay folgendes was ich immer gerne mache ist den kernreaktor so weit wie möglich von dem haupt ursprung der basis wegzustellen die sind nämlich scheiße laut zumindest in der hauptbasis ein außenposten beim außenposten scheiße ich ehrlich gesagt drauf wo das da genau ist weil das ist halt wirklich nur ein zeitlich begrenztes thema wo wir halt reingehen und wo wir halt ab und zu uns nur mal kurz einmal durchhielen vielleicht ressourcen ein bisschen auffrischen in form von essen und sonstigen sachen und dann weiter ziehen ich habe mir jetzt gerade überlegt wir machen folgendes ich ziehe jetzt hier ein zweiter raus dann könnten wir insgesamt nämlich noch zwei mehrzweck räume minimum bauen einen hier und einen dort wer weiß wofür wir es mal brauchen ich habe dann noch so ein zwei sachen die mir im hirne schweben die man eventuell noch machen kann dann was können wir hier noch mehrzweckraum hin wie sieht unsere stabilität aus 1,3 zur höhlen stärke plus sechs höhlen stärke haben wir noch das ist gut okay so langsam wäre vielleicht auch die zeit da fehlt uns aber squads für mal noch eine zweite luke zu bauen wir können jetzt durch stock rein können durch diese luke hier rein aber ich denke mal noch ein oder zwei luken würden nicht schaden je nachdem von wo wir dann kommen so das quads den wir noch mit gleich mal noch ein bisschen mehr titan wenn wir brauchen quads nehmen wir ruhig noch mal vier stück mit so gut es gibt jetzt noch so ein paar gimmicks die man noch zusätzlich basteln kann ich überlege gerade wo wir jetzt die luke hin basteln wenn man das also wir können tatsächlich auch luken hier in diese einzelnen oder wollen wir eine luke direkt an einer mehrzweck räume aber ob wir jetzt nur da oder hier hin wir machen es mal einfach dahin ja ist doch cool weil in den in den reaktor raum müssen wir ja nicht allzu häufig das ist nicht wirklich zwingend erforderlich mal sehen wie hier jetzt es aussieht aha okay perfekt super jetzt so langsam hat er mal dieses große ding da weg weg gelutscht ich will ihn jetzt mal leer laufen lassen und will dann mal gucken wie es aussieht wie es dann sich weiter verhält bisher sind wir jedenfalls von der von der von der strom stabilität sehr gut weggekommen also es gab jetzt keinen großartig schlimmen moment wo mir die energie weg gebrochen wäre eventuell bauen war so ein biokraftwerk vielleicht könnten auch ein biokraftwerk einfach in den außenposten setzen das würde nicht ganz so viele ressourcen verschlingen mache ich mir noch gedanken drüber kernreaktor ist halt einfach die verlässlichere qualität brennstab rein und die dinger laufen ewigkeiten ich glaube die produzieren irgendwas um 15 oder 25.000 energie bis die leer gelutscht sind das dauert wirklich ewigkeiten ja so was brauchen wir denn jetzt also wir brauchen kern brennstäbe dafür brauchen wir für zwei stück zweimal uranit blei und glas und wir wollen natürlich den kernreaktor sagt so wir gehen jetzt in die in die hardcore produktion wir brauchen einen erweiterten kabelsatz wir brauchen blei und gebrauchen planstahl das heißt wir brauchen zweimal lithium blei haben wir hier drin wie viel blei brauchen wir wir brauchen einmal blei pro kernbrennstab das heißt 25 stück 2345 passt das brauchen wir einmal ein klar stahl passt gut das heißt wir brauchen den kabelsatz wir brauchen zweimal gold vier von denen und das ist das inventar voll war ja klar wobei ist ja blödsinn was ich erzähle wir brauchen gar nicht viel wir brauchen zwei und wir brauchen auch nur einmal gold wir brauchen aber kurz noch zweimal so mal gucken ob meine rechenkünste aufgehen grundmaterialien titan waren klar stahl zwei mal glas so dann brauchen wir ein kabelsatz kupferdraht und wir brauchen zwei kernbrennstäbe so das schaut doch gut aus dann brauchen wir jetzt die in module in elemente hier kernreaktor wir wollen die anzeige hier hin zack so jetzt aktuell noch außer betrieb weil ein kernbrennstab drin gewesen ist so ihr seht schon ein sohn so ein reaktor bringt 2500 energie speicher der muss erstmal voll sein das schafft er ganz entspannt und pro kernbrennstab ein kernbrennstab bringt 15.000 25.000 energie irgendwas in dem dreh ich müsste es jetzt nachschlagen aber es ist wirklich eine scheißmenge und bis das alles alles leer gelutscht ist also selbst nur der kernreaktor keine chance da kannst du alle filter maschinen der welt ran packen würde den überhaupt nicht jucken gut dann haben wir das was eigentlich noch geil wäre wäre ein kontrollraum weil wir nicht zwingend zum beispiel die ganze zeit den kernreaktor anlassen müssen oder den scanner raum das verbraucht ja alles energie und das kann man über den kontrollraum relativ entspannt lösen man geht ran und das ding wird direkt angeschalten ausgeschalten je nachdem was man gerade will können wir das hier so ran basteln man könnte es direkt ran basteln dann machen wir das jetzt das heißt wir brauchen nochmal einen erweiterten kabelsatz dafür brauchen wir zweimal silber wir brauchen gold mit davon zwei und wir brauchen kupfer zack hat sich den erweiterten kabelsatz jetzt gedreht oder nicht ich glaube nicht so nun genau kontrollraum dafür brauchen wir noch einmal glas zack 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 mit zack 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 so genau ja also hier zum beispiel sich hat jetzt taucht auch bringt strukturelle integrität minus fünf minus 1,2 blablabla und insgesamt sehen wir aber dass wir hier zum beispiel 5,75 wir haben in dem 6 warum weil ich dort schon eine verstärkung reingebracht habe und insgesamt ist es so dass die die gesamtstrukturelle integrität aber zählt also sprich was kann die basis insgesamt ja warum auch immer die gleichen sich dann halt aus wie wieder aus also wenn ich ein tauch doch habe was minus fünf strukturelle integrität hat würde es im normalen leben ja eigentlich direkt zusammenbrechen aber gut was soll es ja wir können halt den basis namen noch ändern wir könnten halt jetzt auch noch die basis per se ein bisschen verändern müssen wir aber jetzt alles nicht tun wir sehen die zeit strukturelle integrität noch mal und vor allem auch die energieversorgung und wir sehen was momentan energie abzieht und was gebraucht was produziert wird da sind wir weit aus dem raus was momentan ja was momentan notwendig wäre genau man kann eben halt unterschiedliche sachen dann halt anschalten abschalten wenn man denn möchte ob man es will andere sachen schön dann würde ich jetzt vorschlagen wir gehen jetzt mal ernsthaft an die planung der außen posten oder beziehungsweise des außen posten vielleicht waren wir sogar zwei vielleicht auch nur ein ich werde in jedem fall jetzt material für zwei im besten fall wenn ich den platz dafür habe in der sehbahn mitnehmen und na komm das ist ein bisschen ungünstig hier ja ach dann leck mich fett so geht es ja auch recht ja auch aus leute ihr könnt euch nicht vorstellen wie warm es hier in diesem dachgeschoss ist es ist einfach unglaublich so gut also was brauchen wir für unseren außen posten wir brauchen mehr zweckräume wir brauchen mindestens ein scanner raum wir brauchen eine luke wir brauchen eine verstärkung eventuell und wir brauchen einen kernreaktor inklusive brennstäbe brennstäbe werde ich jetzt gleich mal fünf oder so herstellen drei vier fünf irgendwie so neben drehen müssen wir mal gleich gucken damit wir einfach da ein bisschen vorlauf haben packen uns dann halt einfach mit in die sehbahn rein haben wir wenigstens ein oder zwei stück auf lager selbst ein kern brennstab würde erstmal ausreichen um den außen posten relativ lange am leben zu erhalten genau so zack dann haben wir das wir werden danach uns dann mit der wasser und nahrungsthematik auseinandersetzen so dass wir dann nach möglichkeit alles da haben aber das hier ist jetzt der grundstock für im endeffekt die basis die welt haben ich habe jetzt folgende fantasie ein bisschen weiter gedacht hat schon ich hoffe dass die materialien für den grundstock einer einer jeden basis also sprich mehrzweck raum scanner raum luke eventuell die verstärkung kernreaktor und kernbrennstab dass das alles in ein frachtabteil der sehbahn reinpasst oder im besten fall in ein halbes frachtabteil damit wir zweimal den selben grundstock mitnehmen können hoffe das funktioniert wenn wir dann jetzt gleich sehen gut also wir brauchen für einen mehrzweck raum 6 titan wir brauchen für einen scanner raum 5 das heißt wir sind bei 11 für eine luke brauchen wir ein das sind sind wir bei 12 wir machen es mal anders bevor ich jetzt die durcheinander kommen wir bauen jetzt erst mal schnell 23 mal das heißt wir brauchen dreimal dreimal glas 1 2 3 4 5 6 dreimal glas und dann brauchen wir uran davon 6 1 2 3 4 6 das heißt wir können jetzt drei kernbrennstäbe bauen und die laden wir jetzt dann auch direkt schon mal in unsere sehbahn damit wir auch den bauplan vergessen können den packen wir einfach direkt raus vielleicht nehmen wir die wasserfelder maschine mit dazu dann haben wir nämlich schon mal alles was wir brauchen so kernbrennstab so baupläne kernbrennstab weg ist ein ist ist Untertitelung des ZDF, 2020